Hallo und herzlich willkommen liebe Zockerfreunde am 11. Spieltag Samstag hier das Spiel Wolfsburg zuhause in der Volkswagen Arena trifft auf Bayer Lederkusen und kurzum gesagt Wolfsburg auf Platz 4 hat gute Möglichkeiten wenn sie ihre Chancen nutzen könnten sie sogar wenn Schalke nicht auch noch gewinnt doch tatsächlich an Schalke vorbeiziehen jetzt geht er los hier was macht wenn Naldo hier für ne Glanztat oh oh also war Naldo ein bisschen schnell gewesen hey das ist guter Juli wie zeigt das hier schon an hier Hanna hier so direkt aufs Bein und erhebt jetzt mal einen mit Ach Bimidi jetzt Freistoß gegen Schalke das ist er jetzt ja Bumm schlecht 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 von dem Verräter gemacht haa kann haa kann haa kann haa kann haa ist da hey hallo Elfmedia alter das war kein Foul du drückst mich weg ich drück zurück und du naja oh Verräa Entschuldigung Dino hier den schießt heute kein Tor guck hier der Kapitel mit seiner Salzlocke hier mit seiner ich kann alles locker ja da guck der hat nen Zopf der ist nen Mädchen der hat nen Zopf der ist nen WTF der ist nicht mehr Kling Dante ja was da das ist Deutsch heißt Fieber 16 Nackertor hey Dante die alte Hure Nackertor 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 1-0 Ja wir warten gerne Indessen kann ich ja noch weiter erzählen wie gesagt Wolfsburg amürbend oder besser gesagt am 10 Spieltag sind sie mit 18 Punkten gut Und Schalke auf Platz 3 mit 19 Punkten, Dortmund mit 23, also bei einem Sieg zu Hause gegen Leverkusen würden sie sich ganz nah ran und würden dann, wie gesagt, mit 21 Punkten sehr dicht raus sein. Schalke darf dann natürlich nicht gewinnen, kann unentschieden spielen, aber darf halt nicht gewinnen. Für Leverkusen wäre ein Sieg natürlich noch besser. Sie könnten gleich Hertha, die auf Platz 5 sind, und Wolfsburg und Schalke gleich beim Sieg hinter sich lassen. Auch mit dem aber, wie bei dem Sieg mit Wolfsburg, Schalke darf nicht gewinnen. Bei Leverkusen sieht es noch anders aus. Die dürfen dann auch keinen Unentschieden spielen. Wenn ich jetzt gerade richtig rechne, dürfen die, warte mal kurz, 18, 19, 20, nee, die dürften dann auch keinen Unentschieden spielen. Also da ist es dann wirklich so geregelt. Kramer, ja. Ja, gegen Wendel. Ja, spielen wir jetzt mal sicher aus. Nein, das war ein sicheres Aus und so. Das war so gewollt. Das sieht dann nach einer ganz harten roten Karte aus. What the fuck, Alter. Das gibt es doch. Ja, hier. Auf Rille. Ömer Topak. Ja. Äh, da legt sich doch dein eigenes Teamkollege mit dem an. Nee, er soll sich beruhigen, hat Kampel gesagt. Gucken wir uns das Ding nochmal an. Ja. Von hinten in den Beinen. Schreibt bitte Hashtag Rote Karte. Dann wissen wir Bescheid, was es hier eigentlich hätte geben müssen. Hashtag Lucky Tor. Lucky Go, Leute. Oh Gott, wie der schon... Pfff. Ha, ha. Oh. Oh, ein Schwuler läuft an. Ha, 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 ha. Ja, Karibel, Rabbi. Alter, was. Alles klar, danke. Draxle. Aber ist okay. Ich verstehe das. Hey, nein. Hier, bam. Nein, hol ihn doch den Ball. So ein Idiot. So ein Idiot. Lasst euch doch nicht auskontern. Nati, bleibt in Italien. Oh, stark. Wolfsburg macht das hier auf jeden Fall besser als gegen die Bayern. Oh, Kramer. Der muss doch besser Platz. Ich schieße hier noch so die Bude voll. Ich schieße hier noch so die Bude voll. Geht doch nicht so. Du bist doch so... So eine kleine... Toffene Erbse, der muss... ...tein. Das ist natürlich keine Chance. Das war natürlich jetzt ein bisschen schlecht überlegt. Ich schieße hier. Oh, Mann, ey. Valide Spiele. Nein! Oh, genau. Auf dem Rasengletscher ist bestimmt hier das Blitzheck jetzt drin. Der Rode Kare kriegt. Hakan! Hakan! Ja, super gemacht von Trash. Trash. Was geht ab? Wow! Scheiße, auf Rille Toprak. Toprak, ey. Ey, Digga. Alter, Dost. Dosenbier, Alter. Kann ja, wo ich war, ey. Bin schon voll hektisch hier, weil ich... Ich habe gerade nach meinem dritten Bier gegriffen, nein. Quatsch. Wow! Wow! Ey, zu, du, deine Griffe weg! Du kleiner Pedo. Du Pedo-Bär. Du kleiner Gummibär. Oh, Mann! Da hört ihr die Pfiffe. Da hört ihr die Pfiffe. Also, Bayer Leverkusen müsste hier disqualifiziert werden für die ganzen Tätlichkeiten. Also, es ist ja fast schon... Wenn ihr habt den Hakan-Schallern. Hakan. Der Verräte. Der Hurensohn. Der Schreie nur. Er ist ein Hurensohn. Hey, was klingt? Er ist ein Hurensohn. So, ein Hurensohn. Da, la, 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 la. Und jetzt alle. Er ist ein Hurensohn. Ein Dönerfressen der Hurensohn. Ja, ja, ja. Ich glaube, das Video wird sehr zensiert. Ole, ole. Er ist nun mal ein Hurensohn. Harim Böllerabi ist auch nicht mehr ganz clean hier. Hä? Meine Spieler spielen sich wie Dosenfleit. Ganz schön witzig. Oh, hallo, jetzt nimm ihn doch mal. Arnold! Hallo, hallo. Er war so absiebbar und Hakan. Oh, Verinya. Verinya. Ver-ver-verinya. Verinya. Wir jetzt killen. Hä, der Skill funktioniert nicht. Hä, was war das? Das wollte ich gar nicht. Boah, alter. Hakan. Oh, hau ich heute noch mehr weg, Digga. Digga. Ich habe keine Lust mehr. Digga. Ich habe jedes Mal, wenn ich gegen dich spiele. Digga. Digga. Bist du zum Pro? Ja, ich weiß, ich bin halt ein Pro. Ja, danke. Wonach Tanta. Ey. Unsere Spieler bewegen sich wie Ziersteine. Ja, ja. Geh weg, ge weg, ge weg, ge weg, ge weg, ge weg, ge weg, ge. Aaaaah. Ich kriege ihn nur. Ich kriege ihn nur. Ich kriege ihn nur. Oh. Ey, nichts gemacht, alter. Deine Spieler sind doch alles Schauspieler, alter. Nein. 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 Toprak. Toprak. Nein, der kommt nach unten. Der passt. Nein, das war schlecht. Toprak. Das kann auch sein. Ey, ich kriege jetzt volle Offensive. Hier, Toprak. Kann noch nicht. Ah, jetzt kann nicht sein, alter. Lauf. Hakan. Der Ball hier, Mimidi. Lauf. Ey, jetzt tu doch deine Griffe weg, du. Geh doch da hin. Du R... Ey. Deine. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Schöne! Willst du mich verkacken, oder was, alter? Willst du mich verkacken, haha. Willst du mich verkacken, haha. Willst du mich verkacken, haha. Willst du mich kacken, Digga, haha. Lauf. Das kann doch nicht sein. Da kommt... Irgendwas im Leben kommt denn ein kleiner Erbs hinterher. Und das ist bei Naldo bei der Größe. Alter, Mann. Das ist schon echt ein bisschen... Das kann doch nicht sein. Jeden Kackball bekommst du! Ah! Du Hure, steh auf, Mann. Komm, krieg den Ball, dann kann er wieder stehen. Warte. Kampel! 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 Äh! Loll! Kampel! Mann! Mach doch jetzt lange, ey! Du Glatzenkopf! Er hat doch ne... Ne Wolmitz auf mit des Kinn, ey. Ich weiß gar nicht was. Mh! Ey, der ist nicht mehr ganz clean! Hä? Oh, Junge! Der Schiedsrichter der Heimwasserfutzenbasti ist voll gegen Leverkusen. Das hätte so gebutet passt. Ich will so ein verdammter unverdienter Sieg! Meine Fresse! Hashtag, der Meister gewinnt. Der Meister gewinnt? Ich hab mehr Saisons gewonnen als früher. Der Meister gewinnt. Das ist noch, ich hab noch... Hier, jetzt! Chicharito! Ah, Chicharito! Ja, halt mich, halt noch! Mehr! Ah! Alles klar! Kannst nicht mal einen Pass spielen mit 78 Bewertungen! Hier! Kampel! 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 Was machst du für ne Scheiße! Dicker! Bist du noch ganz clean? Der muss doch drin sein! Und dann berührst du auch ihn auf Nummer 7! Deine Erbse! Jetzt! Ja! Das ist so Standard-FIFA, weil man weiß, wie man die normal austricksen kann. Das war kein wirklich gutes Tor. Ja, komm! Du weißt, wie FIFA ist mit der Scheiß-Erteilung und so. Was soll ich sagen? Ich hab gestern 2-0 geführt gegen ein besseres Team hier. Dann... Und dann gegen drei Tore spielt meine... Wie Grille! Wir haben gar nichts mehr! Null-Stellungsspiel! Nee! Nee! Kannst du knicken, Digga! Ja! Sorry Leute, dass ich hier ein bisschen aggro werd hier! Oh! Er lässt sich wieder fallen, Alter! Der Scheiß-Bollywood-Typ, Alter! Ist doch keiner! Ja! So unverdient! So unverdient! So unverdient! So unverdient! So unverdient! Also, aus meiner Sicht unverdient! Aber nun ja, so sieht die Prognose aus! Ihr könnt gerne eure... 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 Meinungen dazu in den Kommentaren bringen! Und wir bringen jetzt ganz schnell natürlich... Das war so klar, Alter! Dass er das natürlich wieder bringt! Durch Lack und Trug gewinnt der hier... Oh Gott! Nur weil ich mehrmals abbrechen musste auf meine Kosten! Ja, weil er nicht aufgenommen hat! Ja, also alles seine Schuld! So, schreibt auf jeden Fall eure Kommentare! Wer hier eigentlich hätte gewinnen müssen! So, bis dahin! Liebe Zuckerfone und haut rein! Bis dahin! Bis dahin! Vielen Dank.